Eigentlich hätte sie das Wetter gleich weitermachen können, oder? Mit dem Vokabular, da muss man nicht viel ändern. Aber immerhin hatte sie vergangene Woche eine gute Woche. Da war es bei mir auch schon so lausig. Ja, dann denk mal drüber nach. Nee, muss ich. Gleich wieder so eine Spitze am Morgen. Das Wetter. Zum Wachwetter. Hatten wir nicht abgemacht, heute mal nett zueinander zu sein. Ist schon wieder vorbei, oder? Da war ich nicht bei. Montagmorgen per se schon kein Garant für gute Laune. Der Heutel gibt sich überhaupt keine Mühe. Ganz Deutschland liegt zurzeit unter einer Wolkendecke. Ja, haben Sie aber mal noch gehört. In dieser Woche besteht nämlich Hoffnung für uns, wenn wir das erst mal hinter uns haben. Also Sonnenschein und milde Luft finden Sie vor allem im Südwesten Europas. Auch Norditalien ist schön. Das liegt allerdings nicht an einem Hoch, sondern an dem Nordfön. Daher staut sich auch bei uns alles an den Alpen. Erstmal startet diese Woche genauso eklig, wie die alte aufgehört hat. Am Vormittag schneit es noch munter an den Alpen, sonst nieselt es oder es ist bedeckt. Von Nordwesten kommt aber schon ein neues Regengebiet angezottelt. Es bleibt heute Mittag im Freiburger Raum bedeckt und regnerisch. In Stuttgart und auf der Alp zeigt sich ganz kurz mal die Sonne. Mit jedem Kilometer weiter in Richtung Osten lassen wir die trockene Zone aber schon wieder hinter uns. Im Münchner Raum erwarten wir heute immer noch viele Wolken und die Alpen, ja, lausig würde ich sagen. Immer halt oberhalb von 600 Metern schneit es noch ein bisschen. Den 20 Zentimeter erwarten wir noch mal heute. Der Nachmittag macht wirklich keine bessere Figur. Es bleibt grau nass und es regnet immer wieder. Von Nordwesten eben dieses neue Regengebiet, was bei uns einfällt und Richtung Südosten zieht. Zur Zeit so 2 bis 3 Grad im Osten, 4 bis 7 Grad im Westen. Später steigern wir uns auf Berlin 5 Grad und Köln 9 Grad. Morgen regnet es zunächst noch im Süden, in den Bergen schneit es auch noch ein bisschen. Aber bei uns anderen ist es dann trocken. Ab Mittwoch wieder nass im Norden, bei den anderen dann endlich mal Sonnenschein. Naja, meistens ist es Nebel, der nisstet sich hartnäckig ein. Aber immerhin der ein oder andere Sonnenstrahl ist dabei und es bleibt trocken. Berlin nicht, Berlin trifft der Regen weiter südlich, aber trocken.